So, ich geh jetzt mal darauf ein. Hier, das wurde ja so PR-technisch beworben in der Zeitung und so weiter. Hier ist sie, die Impfbanane, die weltberühmte vom Künstler. Und da kann man sehen, hier kann man danken, hier Theresa Nowak und dem Herrn Kloman, die diese Impfbanane hier gemacht haben. Vielleicht auch mal interessant. Maskenpflicht für alle, ausgenommen für Geimpfte, Genesene, Besucher. So, da haben wir die Geimpften den Vorteil. Und sieht man dann auch hier, die Impfbanane symbolisiert das noch mal. Impft das, Kranke, Fähig. Also ich weiß nicht, die Interpretation ist wahrscheinlich, man ist jetzt schon krank, quasi. Und wenn man jetzt die Impfung da reinknallt, dann wird die Banane wieder gelb. Also ich weiß nicht, ob es da vom Künstler eine Interpretation zu gibt. Das ist jetzt so meine Interpretation.